moin moin hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing diesmal wieder mit einer loot raider was heißt wieder ist eigentlich nur erst unsere zweite sie macht ja immer den monatsabschluss unser zug fährt so gesehen auch denn das erste unboxing mit der loot raider hat ungefähr 250 aufrufe da bin ich schon ganz stolz drauf ganz gut für unsere größe ist ja quasi nicht existent ja vielen vielen dank an dieser stelle dazu wie er wahrscheinlich auch dann mitbekommen wenn ihr das video gesehen habt ist ja leider defekt angekommen die box und diesmal habe ich das paket in die hand gedrückt bekommen und musste ein wenig schmunzeln es ist aber anders gekommen als ich dachte ich zeige die box einfach mal das ist eine graue box ohne irgendwas dran ich dachte erst die schicken uns jetzt die loot raider in einem extra karton damit sie diesmal nicht wieder kaputt ankommt aber es ist wirklich anders gekommen denn diesmal ist etwas 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 größeres drin ich habe wie immer schon mal reingeschaut weil ich es einfach weil ich einfach ungeduldiger mensch bin und einfach zu neugierig lohnt sich lohnt sich wirklich sehr der flyer wieder gut in mir genau das thema ist nintendo loot das heißt alles rund um nintendo und ich glaube bis auf das t-shirt gab es immer mehrere möglichkeiten was man erhalten konnte ja und als hätten die macher von loot raider gesehen was wir letzte zeit spielen haben sich das auch irgendwie rein getan werdet ihr gleich sehen werde ich euch ja mehr zeigen weil ich bevor ich wieder viel zu viel quatsche fange ich einfach mal an das habe ich euch ja gerade gezeigt hier ist immer wieder so ein text über alles mögliche hier auf instagram posten da wird euer unboxing gezeigt da machen wir natürlich mit oder was auch immer und ich fange an mit meinem persönlichen lieblingsitem und mit dem t-shirt wie immer und zwar natürlich nintendo franchise ganz klar und zwar handelt es sich darum ein mario welt t-shirt das sieht aber auf der kamera viel größer aus als es ist wirklich ich hatte als ich das gesehen habe hatte ich angst dass ich ob ich da überhaupt reinkommen weil das ein bisschen zu kurz ist aber ich glaube da passe ich rein überhaupt wenn ich das so jetzt sehe so fett bin ich auf jeden fall das muster gefällt mir sehr sehr gut und zwar ist das nicht einfach nur ein huibu oder wie heißen die die viecher denn noch keine ahnung schreibt es einfach in den comments wenn ihr es wisst sondern das ist mit ganz vielen manneken aus vielen manneken gebildet was ich ziemlich cool finde ja dann auch gleich so cool das finde ich aber nett richtig geil aber es ist leider zu groß für sie keine ahnung ob ich es behalte falls es jemand haben möchte ihr könnt einfach schreiben einfach in die comments schreiben hier unter dem video oder halt auch nicht hat irgendwie kaum einer gemacht wenn ich es nicht haben wollte ist ja auch in ordnung ich will es ja nur anbieten so aber das t-shirt ist jetzt nichts wo ich sagen muss ja das muss ich unbedingt behalten nein ist es nicht so trotzdem ganz nett kommen wir zu dem zweiten item ja auch aus mario ihr habt es vielleicht schon gesehen anhand des kopfes und zwar ist das eine kleine schatulle wenn ich das dem flyer richtig hinnehmen konnte blechdose stylische metalldose aus dem hause nintendo gefüllt mit leckeren candies so haltbar bis 2018 ende 2018 da sind bestimmt ordentlich sachen drin finde ich ganz cool auch als deko mega gut kann man sich auf die fensterbank oder so besonders wohl hinstellen finde ich cool finde ich richtig geil und auch noch candies drin behalte ich so ist weg jetzt guckt es mich an ich würde es gerne in der kamera zeigen weil es eine lustige position ist aber sie steht nun mal da ja kommen wir zum zweiten item jetzt kommt eigentlich nur noch alles ja egal ich habe einfach erstmal den mund für die auch eine mega coole idee selda das war die einspielung darauf dass sie wahrscheinlich gesehen haben was wir zocken nein ja das sind festival bändchen und zwar ich finde das eigentlich ganz lustig denn ich habe von den letzten zwei festivals wo ich war noch die bändchen um von rock am ring und rock am park und ich trage die eigentlich ganz gerne irgendwie keine ahnung so und wolle petrie manier finde ich das ganz nett und aber ich finde das ein bisschen zu nörd ich muss gestehen und zumal dieser verschluss dieser plastik verschluss gefällt mir nicht so gut aber die idee an sich finde ich mega cool bestimmt was für kinder also ich ja weil ich steht sogar zwischen 0 und 3 nicht erlaubt small parts shocking hazard wenn das jemand haben möchte kann das gerne haben ganz cool ich hab's gar nicht in der kamera rein entschuldigt heute nicht ganz auf der höhe das trifft mit dem adler und selda legend of selda also recht aktuell sogar legend of selda fessel festival wie gesagt schreibt in der comments so was von beiden zeige ich euch zuerst ich kann so viel sagen eine figur ist diesmal nicht drin also keine selda figur aber etwas sehr cooles wo ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert habe dass ich das andere produkt nicht bekommen habe es gibt wie gesagt bis auf das t-shirt ist kann immer ein pendant drin sein entweder selda oder mario außerdem bei dem ich zeige es einfach mal ist es ist ein selda glas da gab es als möglichkeit glas mit gameboy aufdruck ich werde es am ende noch mal zeigen wenn ich das flyer zeige ich packe es mal aus als ich es vorhin schon mal oder gestern ausgepackt hatte wirkt es sehr massiv also richtig schickes glas also richtig dickes glas dann sieht es hier auch ja unten ist aufkleber drauf eingedruckt paladone da ist aber original von nintendo und die muster gefallen hat sehr gut so zwar eine art ich weiß nicht wie die bilder heißen in der kirche aber in der kirche sind ja immer diese bunten glas gemälde da finde ich ziemlich cool das ist zwar nicht aus der legend of selda das neue sondern oder das steht einfach nur links glas collectors edition war es wegen einer collectors edition ich weiß es gar nicht falls ihr es wisst würde es mich sehr freuen wenn ihr die informationen in den kommentaren teilen würdet weil interessiert tut es mich auch an all diejenigen die jetzt gehofft haben dass ich das weggebe nein ich behalte es ich werde daraus trinken ich werde daraus trinken das werde ich tun so schon wieder was ich behalte ungewöhnlich aber es ist so so jetzt kommt etwas die idee finde ich an sich ganz cool ich kann damit aber nicht viel anfangen und ich hätte mir eher das pandon wieder gewünscht und zwar handelt es dabei und das ist auch der grund deswegen der karton so groß ist diesmal ja man kann es jetzt sehen es geht hier unten sogar schon auf es ist ein 3d bild von selda ich kann es ja mal ja genau jetzt sieht man es ja an sich die idee ist mega cool aber ich würde mich aufhängen ich würde definitiv nicht aufhängen es steht im mason für die kollektive limited edition ok ist kein aufdruck mit in bangladesh oder so was nö keine ahnung aber ich denke mal es wird echt sein weil die idee ist wie gesagt ziemlich cool aber ich kann es nicht ich werde ziemlich aufhängen zumal ich so und so sehr viele schrägen habe kaum platz dann müssen die familienfratzen drauf dann auf die bilder die aufgehangen werden und dafür brauchen die platz so falls jemand das bild haben möchte einfach in die kommentare schreiben ich sage es ob ich dann bekommt oder nicht das liegt dann im eigenen messen so das seite so und dann wollen wir auch noch mal kurz ein bisschen auf die fly anweisen hier steht jetzt also gut werdet ihr haben jetzt einen eigenen shop steht sogar unser neuer online shop ist online unser neuer online shop ist online sehr gut unser neuer shop ist online es gibt viel zu entdecken ja bild ihr auch lud es gibt sogar einen gutschein code den werde ich jetzt mal nicht rein halten oder doch ach egal kommt so ich zeig es einfach mal hier hinten steht drauf was es da so gibt so 25 prozent rabatt ich denke mal das ist ein universal code der ist bestimmt irgendwo online schon einsehbar also von daher ja ja eigentlich ziemlich coole box viele artikel die ich behalten werde ansonsten ja also nur recht solide box also man kann sich nicht beschweren ehrlich nicht ich habe jetzt ja noch den flyer ich kann euch mal zeigen was es anstelle der sachen gab die wir jetzt halt erhalten haben so oben gab es halt eine nes controller dose dann an dieser fragezeichen blöcke die totes pilze dann legend of zelda schild ja von mario viel im retro look auch von zelda ich finde da haben wir es schon ziemlich cool erwischt mit mit dem grünen mit dem roten pilz also nicht zu beschweren jetzt sieht man hier mit dem brist bändchen da gab es noch welche von mario einmal mit 1 mit mario drauf und roten pilz und 1 mit luigi und ja und und das bild das von mario kart hätte ich besser gefunden war jetzt ende april auch das mario kart rauskommen für die switch das hätte mir deutlich besser gefallen aber man kann nicht alles haben ist nun mal so wir haben jetzt das zelda bild und ja und jetzt werdet ihr verstehen was ich meine das glas das gameboy glas also da hat jana auch war auch ein bisschen traurig dass wir das nicht bekommen haben weil das wäre schon mega cool also das sieht schon mega gut aus also beide ja aber für gameboy version hätte mir schon hätte ich mich deutlich mehr gefreut als ohnehin schon ja also das war es jetzt auch was heißt war es ist ja wie sehr sehr solide box sehr schön so als nächstes dürfte eigentlich anfang nächste woche die boot box folgen wie man vielleicht den letzten unboxings nehmen kann bin ich ein riesen fan mittlerweile von der boot box obwohl es erst unsere zweite wäre aber von der aufmachung her vom inhalt war die hat sie wirklich am meisten überzeugt wie ich finde da freue ich mich halt sehr 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 drauf und ich bin gespannt was die franzosen uns da wieder bieten das war es jetzt erst noch von den box fängt ja gibt es noch irgendwas zu erzählen eigentlich nicht ich glaube ich habe das erste mal geschafft das video ohne einen schnitt laufen zu lassen ich lasse jetzt gerade 12 min 33 durchlaufen und wir lassen es auch mal bei 12 min 40 vielen dank und bis dann tschüss